Der Chef, die Chefin, die Chefs, die Chefinnen. Wer ist dein Chef? Wer ist dein Chef? Wir haben eine neue Chefin. Wir haben eine neue Chefin. Er ist der Gründer und Chef der Firma. Er ist der Gründer und Chef der Firma. Das ist der neue Chef. Das ist der neue Chef.